Das Thema Anatoliken, auch bekannt als Thema der Anatoliken, war ein byzantinisches Thema im zentralen Kleinasien. Nach der Aufspaltung des Themas von Obseikion in der Mitte des 8. Jahrhunderts war es das wichtigste byzantinische Thema. Geschichte Das exakte Datum der Einrichtung des Themas ist unbekannt. Zusammen mit den anderen drei ursprünglichen Themen entstand es in der Mitte des 7. Jahrhunderts als neuer Aufstellungsraum für die geschlagenen Überreste der oströmischen Armee, die sich angesichts der islamischen Expansion nach Kleinasien zurückgezogen hatte. Das Thema erhielt seinen Namen von den Anatoliken, also den Truppen des Magister Militum per Orientim, die sich dorthin zurückzogen. Als Thema wird es erstmals 669 erwähnt, wobei das Exorcitus Orientalis noch bis 687 verzeichnet wird. Der Übergang von einem provisorischen Rückzugsraum zu einem dauerhaften Verwaltungs- und Militärbezirk dürfte sich schleichend vollzogen haben. Weil es direkt an das feindliche muslimische Kalifat angrenzte und von den Kaisern der syrischen Dynastie unterstützt wurde, war das Thema Anatolikon das wichtigste im byzantinischen Reich. Die versammelte Machtfülle in diesem Thema bedeutete aber auch eine Gefahr für den Kaiser. Von einer ersten Revolte wird bereits 681 berichtet und 714 schaffte es der damalige Strate Egos des Anatolikon, Leo de Isauria, sich selbst zum Kaiser zu machen. Ein anderer Strate Egos, Badanes Turcos, rebellierte 803. Umgekehrt fand 742 Konstantin v. Dort Zuflucht und Unterstützung im Kampf gegen den Usopator Athabastos. Die letzte Erwähnung des anatolischen Themas in den Quellen gehört in das Jahr 1077, als sich dessen Strate Egos, Nike, Foros Botaniates, zum Kaiser ausrufen ließ. Wenig später fiel das gesamte Gebiet an die Seltschuken. Geografie und Verwaltung In seiner klassischen Ausdehnung im 8. und 9. Jahrhundert umfasste das Thema die antiken Regionen Lykaonien, Pisidien, Isaurien sowie den Großteil Phrygiens und Teile von Galatia Salutaris. Ursprünglich beinhaltete es auch die westliche und südliche Küste von Kleinasien. Diese wurden aber etwa um 720 abgespalten und zum Thema der Traxie und dem Thema der Kibö-Raioten umgestaltet. Unter Kaiser Theophilus wurden die südöstlichen Bereiche des Themas, die an das islamische Kalifat grenzten und die Festungen, die die kilikische Pforte bewachten, beinhalteten in die neuen Grenzdistrikte Kapadokien und Selökaya umgeformt. Kaiser Leo VI. unterstellte später das Gebiet westlich des TUZs dem Thema von Kapadokien. Die Hauptstadt des Themas war Amorion bis zur Plünderung von Amorion im Jahr 838. Danach wurde der Sitz des Strait Egos wahrscheinlich in das nahe Polybutos verlegt. Die spätantike städtische Produktion litt beträchtlich unter den arabischen Attacken und dem allgemeinen Niedergang der Urbanisierung. Die Städte im Inneren des Themas überlebten aber in reduzierter Form. Die Städte des höstlichen Kapadokiens, die an das islamische Kalifat grenzten, wurden zerstört, ebenso Antiochia in Pisidin. Den arabischen Geografen Quadama Ibn Jaffa und Ibn Al-Faki zufolge konnte das Thema von Anatolien, die größte von allen Provinzen der Romer, im 9. Jahrhundert 15.000 Soldaten ins Feld führen und besaß 34 Festungen. Sein befehlshabender Strait Egos, der erstmals 690 erwähnt wird, war der höchstgestellte aller seiner Kollegen. Das Amt des Strait Egos der Anatoliken war eines der wenigen, das ausdrücklich nicht von Eunuchen bekleidet werden durfte. Dem Strait Egos standen jährlich 40 Pfund Gold sowie der Titel eines Patricios Antipathos und Protospatarius zu.